Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Mi Vida Teneriffa. Ich bin Kirsten und ich lebe auf Teneriffa und zwar direkt bei einer Bananenplantage oder auch in einer Bananenplantage. Da möchte ich euch heute mal durchführen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass ich nicht gegen diese Schnüre laufe, wo die befestigt sind. Es ist immer so, eine Staude trägt und die nächste wächst nach. Immer. Bei jedem einzelnen Pflänzchen. Und natürlich bilden die mehr aus. Oh, hier haben wir es noch besser. Eine Staude alt. Eine Staude wird tragen. Eine kleine kommt nach. Wenn mehr nachkommt, werden die weggemacht. Die Bananen haben, um sie anfangen zu kommen, immer so kleine schwarze Schnupfel vorne. Die macht der Bananenbauer ab, sobald die schwarz sind. Damit die Energie weiter in die Bananen gehen kann. Hier ist schon die Blume abgemacht worden. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie das anfängt. Hier ist eine ab und Bananen tragen nur einmal. Ein einziges Mal schenken die Bananen. Und dann ist das Bananen durch. Dann kommt die nächste Pflanze. Die Bananen stehen dicht an dicht, natürlich, damit ein guter Ertrag ist. Die sind natürlich nicht so ganz natürlich. Und weil die so schwer sind, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, werden die gesichert. Hier mit so Striemen, diesen schwarzen Strichen, die ihr seht. Das sind Bänder, um das festzuhalten, zu sichern. Oder auch hier, um die Staude weg vom Stamm zu halten. Damit die in Ruhe reifen kann. Guck mal hier, mein Schatz. Und wenn die anfangen, die meisten sind jetzt hier allerdings schon so weit, dass sie Bananen tragen. Wenn sie anfangen, dann kommt eine riesige Blüte raus, wo die kleinen Bananen drin sind. Die öffnet sich dann nach und nach. Und dann kommen die Bananen raus. Und hier ist nämlich eine umgekippte. Da seht ihr, wie die Bananen da rauskommen. Und die sehen auch gar nicht aus wie Bananen. Ich glaube, die ist nicht mehr so ganz lebendig, aber die Bananen sind noch da. So, Bonny findet das total cool, was ich hier mache. Bananen werden viel gespritzt. Und wenn ich gespritzte Bananen hier esse, wenn die so ein bisschen braun geworden sind und man die öffnet, dann sind die so wie Gummi, kannst du gleich wegschmeißen. Bio-Bananen sind von außen schon vollbraun. Du öffnest sie und drin sind die noch knackig. Darum könnt ihr das sehr gut ausmachen. Also wenn die drin eklig sind, gleich wegschmeißen, völlig behandelt. Hier der Acker bei mir. wird kontrolliert gespritzt, ein bis zweimal im Jahr, weil die dazu neigen, die weiße Fliege zu bekommen. Die weiße Fliege sieht aus wie Schnee auf den Bananen und sind natürlich Parasiten. Natürlich kann man das auch biologisch wegsprühen. Aber wie immer, schneller geht es mit der Chemie. Schade, ich sehe gerade keine Traube. Weil die jetzt alle schon so weit sind, dass sie richtig schön tragen. Ich habe den Bananenanbauer mal gefragt, sag mal, magst du denn noch Bananen essen? Und der hat mich verwundert angesehen und nur gesagt, ja klar, wieso? Hier eine Banane, die ich nicht so wollte, wie sie sollte. Zwischendurch Avocados, die mal kommen werden. Nee, schade. Aber hier hängt noch eine Traube dran. Da könnt ihr das so schön sehen. So, das kommt als erstes raus. Und da sind die Bananen. Und wenn die eine gewisse Größe haben, wird diese Traube abgemacht, also die Blume, damit die Energie komplett in die Bananen gehen kann. Es wird alles liegen gelassen. Ja, also die Blätter werden... Hier kann man die weiße Fliegel schön sehen. Das weiße da, das ist die weiße Fliegel. Wenn die Bananen getragen haben und diese Stämme übrig bleiben oder die Blätter abgemacht werden, weil die Anfang braun zu werden, wird alles liegen gelassen. Das ist kanarisch wirklich clever. Die Natur lässt das von sich aus nach und nach verrotten. Jetzt muss ich nicht nur auf die Schnüre achten, sondern auch auf die Bonnys. Ganz gerne sind auch, dass es normal spinnen im Weg. Da hat mich aber jetzt noch nichts getroffen. Jetzt möchte ich euch das mal zeigen. Das ist ein Mangobaum, der gerade voll in Blüte ist und der wird ganz, ganz viele Mangos tragen, denn nach der Blüte kommt die Frucht. Hauptbananen-Anbaugebiet auf Teneriffa ist Buena Vista del Norte. Aber es gibt noch weitere Anbaugebiete. Hier sieht man so eine Schnürenkonstruktion. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video gut zu erkennen ist. Ich habe mal so eine Schnur wirklich gegen die Stirn gekriegt, weil ich sie nicht gesehen habe. Das war dann so ein bisschen blutrot ein paar Tage lang. Hier der Bananenstumpf. Bananen sind Flachwurzler. Die Wurzeln gehen also nicht tief in die Erde. Hier ist ein Spinnenwebel, muss ich mich mal durchwenden. Sprich, bei Sturm, wenn die nicht eng auf eng stehen oder nicht abgesichert sind, kippt die Bananen mal ganz schnell um. Diese Bananenblätter vertrocknen irgendwann. Da sieht man das schön. Ein frisches, mit weißer Fliege drauf, und da die vertrockneten. Verrottet also selber und das ist, finde ich, insofern ganz toll. Weil das ist schon Arbeit einfach pur mit der Natur. Das Unkraut wird hier in der Regel manuell platt gemacht, also rausgezupft. Oder mal biologisch vernichtet. Weil ich hier Glück habe mit der Plantage und natürlich vorher gefragt habe, wie das denn so gehandhabt wird. Also die haben schon ihre Tricks. Alles kanarisch relativ einfach, ja. Das ist so eine typische Bananenstange, die das hält. Ich habe mal nachgezählt, wie viel ein so eine Traube trägt. Soweit ich mich erinnern kann, gehen wir da wirklich an ungefähr 100 Bananen. Und glaubt mir, die wiegen richtig, richtig viel. Fragt mich nicht nach Kilos, aber oben in Ikot hatten wir selber Bananen. Viel, viel kleiner und weniger. Aber wenn ich dann mal eine viel, viel kleinere Traube als die hier abgemacht habe, war das für mich schwer zu wuppen. Also die wiegen bestimmt echt keine Ahnung, 20 Kilo mindestens. Die werden manuell gepflückt. Das heißt, jede einzelne Traube wird gepflückt, kommt in eine Tüte und dann auf den Laster. Und die Pflücker haben in der Regel auf der Schulter so ein Polster, schultern die Traube darauf und dann geht es einmal durch den Acker auf dem Weg zum LKW. Es ist also richtig körperliche Handarbeit hier. Und so gesehen ist das praktisch, weil dadurch brauchen die Canarios nicht ins Fitnessstudio. wenn sie diesen Beruf haben. So ein Bananenanbauer verdient ein typisches Durchschnittsgehalt. Ich habe mal gehört von Finde ich eigentlich nicht schlecht. Wie war das? Die arbeiten sechs Stunden am Tag. Ich meine fünf Tage die Woche und kriegen 800 Euro. Ja, davon zu leben geht nur, wenn man Eigentum hat, keine Miete mehr zahlt oder die Familie einen aufnimmt. Aber so funktioniert das Leben hier auf den Riffen. Ich glaube, ihr habt genug Bananen gesehen. Schade, dass ich keine hochkommende Traube habe. Das ist so zauberhaft zu sehen, wenn die starten. Aber dafür sind wir hier jetzt zu weit. Und die werden natürlich nach und nach reif. Das heißt, hier wird mal eine gepflückt, da wird mal eine gepflückt, da ein bisschen was machen, hier ein bisschen was machen, je nach Reifegrad. Und es ist nicht eine Ernte, alles auf einmal. Jetzt habe ich hier noch was Schönes gesehen für euch. wo sich so eine Blüte gerade öffnet. Da ist die Blüte und da kommen die Bananen schon raus, die überhaupt nicht aussehen wie Bananen. Das werden aber noch welche, ich schwöre. Es ist wunderschön, die Natur arbeiten zu sehen. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mal ein absolutes Bananen-Video. Übrigens absolute Sattmacher. Wenn Obst Kalorien hat, dann Bananen. Wie jedes Obst super gesund. Und nebenbei ein super Ei-Ersatz für süße Kuchengerichte und so. Liebe Grüße von Teneriffa, eure Kirsten.